Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem kleinen Ganzkörper-Workout. Wir werden es so machen heute. 45 Sekunden Belastung, immer ein Ausdauerteil und eine Kräftigungsübung dazwischen. Also mal 45 Sekunden Ausdauer, 45 Sekunden Kräftigung, die Fettverbrennung richtig anregen, Muskulatur aufbauen und los geht's. Wir machen einen kleinen Bomber, breiter Stand. Erst mal die Schultern ganz entspannt, lockern. Wir machen teilweise Sachen im Stück, deswegen lockern die Schultern. Jawohl. Und einmal den Halbarm zurück. Beide Ellbogen für die Bewegung an. Sehr gut. Zwei Mal. Den ganzen Arm. Noch vier Mal. Drei. Zwei noch. Und einmal auslockern. Wir beginnen mit unseren ersten 45 Sekunden mit dem Jumping Jack. Los geht's. Auf. Zug. Auf. So. Mal ganz locker. 45 Sekunden. Sehr gut. Auf und zu. Jawohl. So. Hälter, mein Pass geschafft. Hopp. 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 Jawohl. Hopp. Schau. Noch einmal Kraft. Hopp. 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 Jawohl. Noch zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einer. Und Pause. Kürze Pause. Ich zeige dir die nächste Übung. Hände nach vorne. Wir gehen tief. Rüber setzen. Knie zum Boden. Knie. Rüber setzen. Knie zum Boden. Ganz genau. 45 Sekunden. Ab jetzt. Tief. Rüber. Tief. Rüber. Ganz ruhig. Aber im eigenen Tempo. Jawohl. Füße parallel. Und rüber. Jawohl. Wuhu. Rücken das Geraden hier. Oberkörper nach vorne. Rücken gerade. Oberkörper tief. Sehr gut. Wuhu. Oberstelle, Gesäßmuskulatur. Jawohl. Noch zehn Sekunden. Wuhu. Jawohl. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Pause. Hämmer auslocken. Nächster Ausdauerteil. Seilspring. 45 Sekunden. Ab jetzt. Kommen wir hin und her. Sehr gut. Wir haben immer 15 Sekunden Pause dazwischen. Übrigens. Wir werden mal knackig weit. Jetzt kommen wir ein bisschen tief. 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 Jawohl. Atme. Jawohl. Wuhu. Fins einspringen. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Sehr gut. 15 Sekunden. Wuhu. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Und aus. Wuhu. Nächste Übung ist am Boden. Kommst in den Stütz. Liegestützposition. Achtung. 45 Sekunden ab jetzt. Jeweils das Knie zum Ellbogen vorn ziehen. Und zurück. Mein rechtes Knie zum linken Ellbogen. Linkes Knie zum rechten Ellbogen. Mein Becken darf mitgehen. Jeweils diagonal nach vorne. Zum Ellbogen. Beim Zurücksetzen immer schön eine Linie. Wenn ich ihn gut drehe, ist immer eine Linie. Jawohl. 15 Sekunden ab. Wuhu. Wuhu. Sehr gut. Wuhu. Noch fünf Sekunden. Vier. Drei. Zwei. Und langsam lösen. Wuhu. Komm langsam gerne nach oben in den Stand. Zum nächsten Ausdauerteil. Auslockern. Auslockern. Fünf Sekunden nach Pause. Arm zur Seite. Twist. Hin und her. Füße geschlossen und leicht geöffnet. Jawohl. Sehr gut. Hüfte. Hüfte Trieb. Hüfte Trieb. Oberkörper bleibt stabil. Wuhu. Ui. 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 Sehr gut. Ui. 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 Drei. Zwei. Eins. Aus. Auslockern. Durchatmen. Kommt seitlich immer zur Matte. Zu Boden. In den Sitz. Setz deine Füße hier auf. Hände hinter den Rücken so ein bisschen weiter zurücksetzen. Fingerspitzen zum Gesäß. Brustbein eben Becken ankeben. Halt und komm hoch. Nächsten 45 Sekunden. Das Ganze noch nicht weich. Beide Wechsel anheben. Und absetzen. Jawohl. Hü. Tief atmen. Das Ganze nicht reicht, wenn es das Ganze auch aus einer gestreckten Position war. Es wäre eine Stufe schwieriger. Oder wie gesagt, Stufe langsam. Rechterwinkel. Hü. Sehr gut. Noch fünf Sekunden. Vier. Drei. Zwei. Und langsam lösen. Mal durchschlaufen. Sehr gut. Komm noch einmal hoch. Nächster Ausdauerteil. UCKquerweise. Vers Internuss", reink, auf definitely geht's Uno pro. Kick. Kick. Arme sexen. Nice. Sehr gut. Ja, like da looker. Kick. 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 Ja, jetzt, jetzt. Vor, 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 vor. Zehn Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einer. Ausdruck. Puh. Nächste Übung. Wieder am Boden. Ein bisschen aufgestehen heute. So. Genau. Rücken gerade, Füße anheben, Beine schließen, auf und zusammen klappen. Einmal öffnen und schließen. Beine strecken, Arme nach außen. Wenn du magst, klappe dich auf. Aufklappen, einklappen. Komm jetzt zurück. Du bist kurz vorm Boden und wieder zusammen. Jawohl. Aufklappen, zusammen klappen. Atme ein und aus. Sehr gut. Spannung im Bauch rein, den Bauch nach innen einziehen. Hier. Zehn Sekunden noch. Noch fünf Sekunden. Ein letzter hier. Und einfach öffnen. Sehr gut. Nächste Ausdauer-Sequenz. Einmal auslockern. Füße ungefähr fünf weit. Wir hüpfen auf der Stelle. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Und einfach öffnen. Einfach öffnen und springen. Sehr gut. Ganz locker springen. In der Max springen und her. Hin, her, hin. Deine Max. Vor und zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Fünf Sekunden auf der Stelle. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Pause. Auslockern die Beine. Wir gehen zum Boden in die Rückenlage. Einmal nur das Beckenlift. Beine hier nach oben hin ausstrecken. Lenden und Säule zum Boden. Kannst die Beine überkreuzen. Arme best über dem Kopf verbrechen. Becken angeben und absetzen. Becken hoch und tief. 45 Sekunden. Ganz geführte Bewegungen. Es muss keine große Bewegung sein. Wenn die Bewegung ganz klein ist, also nicht mit Schwupp gearbeiten. Kleine Bewegung reicht. Wichtig ist, dass du die Kraft für dich im Unterbauch spürst. Bauch, Unterbauten nach innen einziehen. Sehr gut. Noch zehn Sekunden. Sieben, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einer. Halt nochmal oben. Dreieck halten. Einhalten. Und jetzt langsam böse. Mach dich mal lang. Dann die Beine hier am Boden. Die Arme mal lang in den Kopf ausschrecken. Immer tief in den Bauch ein- und ausatmen. Mal richtig strecken hier mal lang machen. Wenn du magst, kannst du das Video jetzt nochmal abspielen und nochmal zwei oder drei Sätze hier machen. Wenn du möchtest, komm jetzt mit zu einem kleinen Stretch. Binde deine Arme neben deinen Körper. Stell die Beine hier nacheinander am Boden auf. Komm über die Seite. In Bauchlage. Unterlage mit deiner rechten Hand gestört. Linker Hand greift bei den linken Spindlenk. Drücke dein Becken fest zum Boden. Spür die Dienung im Oberschenkel vorne. Und ihr lernt es dann lösen. Dann an der nächsten linken Unterlage. Beine die Stirnrechten greift bei den Spindlenk. Becken schon fest zum Boden. Und dann an der nächsten linken Spindlenk. Und dann an der nächsten linken Spindlenk. So ein kleiner Abschneiden im Mund. Die Dehnung spüren, können so ein bisschen wehwirken, ein bisschen federn. Sitzbeinwecker, zu Decken schieben. Brustbein, lichter Unterschenkel. Sehr gut. Zwei tiefe Atemzüge noch mehr bleiben. Dann wandeln wir den Händen zu deinen Füßen. Knie leicht beugen, roll dich langsam auf in den Stand. Rücken wir hier nach vorne, das ist ein breiterer Stand. Fasse vorne hier den gedachten Bein, zieh die Schulterblätter auseinander. Den gedachten Bein, vorne breit, den Rücken wieder rund. Arme dann nochmal hier breit öffnen. Hinter dem Rücken hin und fassen. Brustbein jetzt zunächst ziehen, mal tief in den Brustkorb atmen. In den Händen hinter dem Rücken. Und einmal die Lüsen. Arme dann hochführen, einatmen, ausatmen, tief. Einmal einatmen, ausatmen. Letztes Mal einatmen, in den Ausschütteln. Ausatmen. Dankeschön, einen schönen Tag wünsche ich euch. Und was geht das? Ganz Kl mit dem Raunchen. Wasser, ab sowas. Daun passage. Bis zum nächsten Mal.